Nach 20 Minuten mit der Balleroberung, dann ging schnell über den offensiven Rechtsverteidiger Robin Fellhauer die zielgenaue Flanke auf Nick Woltemade und er schob ein in der 19. Minute die Führung für die Gäste. Das erste Profitor für Nick Woltemade, die Leihgabe vom SV Werder Bremen. Er hatte keine große Mühe, diesen Ball über die Linie zu drücken. Die Vorarbeit war perfekt von Robin Fellhauer, insgesamt ein perfekt herausgespieltes Tor, so kennt man sie in dieser Saison. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.